Man nennt es Wohlstand, es ist der die wichtigen Dinge, verdrängende Überfluss. Man nennt es Wohlstand, es ist der die wichtigen Dinge, verdrängende Überfluss. Ich verkauf mich selbst ein Drittel meiner Zeit, alle hier wissen, ich bin gern dazu bereit, denn nur wenn ich acht Stunden täglich investier, kann ich kaufen, was ein anderer auch für mich grad produziert. Gar nichts kannst du mehr kaufen jetzt, Rudolf. Doch, Klopapier. Hab alles dicht gemacht. Ich hab das Richtige getan, wenn man es oft genug sagt, fühlt es sich so an. Auch wenn es noch so absurd war, ich hab das Richtige getan. Guten Tag, mir egal was ihr glaubt, was jetzt kommt, wenn mir danach ist, schreibe ich einen Song. Und dann geht es mir gut, denn ich hab was zu tun. Ein Bock, ein Stift und die Zimt noch für Zugang. Das Text ist wie eine Droge. Mag deine Flipkopf sein, alles wird Tip-Top sein. Wir schalten Hip-Hop ein. Samstag muss heut mit Bock sein. Morgen schlägt er ein. Dann ist es vorbei. Wer hat denn das gedacht, wird die letzte Nacht. Kein Wundum traurig zu sein. Aber es wird gut, Tip-Top sein. Wir schalten Hip-Hop ein.